Direkt an der B17 gelegen, genauer gesagt in der Konradstraße 3 in Nankirchen, befindet sich Konrad Home and Garden, ein Paradies für Gartenfreunde, auf über 12.000 Quadratmetern. Der erste Eindruck, ein Blütenmeer, soweit das Auge reicht. Von Sophienien über Zauberglöckchen bis hin zu Margariten und Belagonien in den verschiedensten Farben oder anders ausgedrückt, bei Konrad gibt es passend zur Jahreszeit ein riesiges Angebot an Blumen für den Garten, die Terrasse und den Balkon. Wer seinen Garten mit Bäumen, Hecken, Sträuchern und Schlingpflanzen verschönern will, wird bei Konrad natürlich ebenfalls fündig. Auch alle, die ihr Obst und Gemüse selbst anbauen wollen, finden von A wie Apfel bis Z wie Zwetschke fast alles. Außerdem gibt es viele Kräuter und Gemüsepflanzen. Welche Pflanzen am besten wie wirken und mit welchen Accessoires man den Garten verschönern kann, wird bei den vielen Schaugierten bei Konrad gezeigt. Auf rund 3.000 Quadratmetern kann man sich nach Herzenslust inspirieren lassen. Ob vom klassischen Bauerngarten, asiatischen Gärtchen, Labyrinthgarten oder wirklich trendigen Kompositionen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie das Paradies zu Hause gestaltet werden kann. Eine besondere Atmosphäre schaffen Wasserflächen, sei es mit Schwimmteich oder Biotop. Auch hier helfen die Experten von Konrad. Sie haben sich in den letzten 45 Jahren nicht nur einen Namen in der Gartenplanung und Gestaltung gemacht, sondern auch beim Bau, der Sanierung und der Pflege von Schwimmteichen und Biotopen. Ist der Garten fertig gestaltet, benötigt man noch die Einrichtung. Sei es ein Pavillon oder doch nur die Gartenmöbel. Ob topmodern oder klassisch, bei Konrad gibt es für jeden Geschmack und für alle Bedürfnisse genau das Richtige. Abgerundet wird das Angebot von einem großen Sortiment an Honda und Bosch Gartengeräten, sowie Husqvarna Automatikrasenmäher, welche die Pflege zum Kinderspiel werden lassen. Natürlich gibt es auf den 12.000 Quadratmetern noch viel, viel mehr zu entdecken. Ganz gleich, für welches Produkt man sich entscheidet. Durch die Gärtnermeister und Planungsarchitekten sind sie bestens beraten. Konrad gibt es bereits seit 45 Jahren, mittlerweile an zwei Standorten, in Neunkirchen und Leobersdorf. Derzeit laufen bei Konrad Room & Garden übrigens die Rosenwochen. Tausende blühende Rosen stehen zur Auswahl, in unterschiedlichsten Sorten und Farben und natürlich in bester Qualität. Da schlagen die Herzen von Rosenliebhabern garantiert höher. Nähere Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.konrad.at Wer hat died? Noch nicht, bloß ein paar Schmelstände in der Schule.